Moin moin Kinder und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind hier mitten im Zentrum des... was seid ihr denn für Spastis? Schwester Verena. Was habt ihr denn für coole Waffen? Voll geil, ey. Schaut, dass die Skorpione mir bis hierhin geflockt sind. Finde ich echt ein bisschen uncool, ehrlich gesagt. Alter, meine scheiß Power-Rüste, die hat richtig gelitten, ey. Aber zumindest haben wir es mit der ganz gut hier durchgeschafft. Was? Atom? Oh, okay, für alle, die Fallout 3 kennen. Das sind die Jünger des Atoms. Bleib stehen, Fremder. Ja, man muss es nicht verstehen. Hallo. Falsch abgebogen? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Im leuchtenden Meer gibt es keine Abzweigungen. Nur den Weg zu Atomsleuchten. Und nun hast du das Ende des Wegs erreicht. Du bist hier. Ich will euch nicht schaden, ehrlich. Nur wenige nehmen die Strapazen auf, sich so weit zu reisen. Nun gut, du darfst vorerst bleiben. Aber wir behalten dich im Auge. Und Gewalt werden wir nicht tolerieren. Okay. Du kannst mir nicht erzählen, dass diese Freaks hier leben. Tja, anscheinend schon. Na gut, kannst du mir helft? Ich suche diesen bisschen schon klar. Was kann ich für dich tun, Kind? Lass es mich wissen, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Das ist ein großzügiges Angebot. Aber Atom hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Eigentlich wollte ich auch Hilfe haben, aber gut. Ich suche den guten Wöngel. Ich suche jemanden namens Virgil. Hast du ihn gesehen? Ja, ich kenne ihn. Und was willst du von ihm? Das Spielchen schon wieder. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Ich will, dass das funktioniert. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Waa? Hallo, das ist nur so eine gelbe Option. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Alter. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Ich möchte erst mehr darüber wissen. Das muss doch funktionieren. Hallo? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Ich hatte doch schon eine orangen- und rote Option, die schneller gingen. Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Oder geht das vielleicht gar nicht? Dann wäre es ja vielleicht nicht gelb, ne? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Er hat Zuflucht bei Atom gesucht. Ja, okay, dann nicht. Nein, warte, weißt du was? Ich probiere es nochmal. Ich lasse mich so einfach nicht hier, ne? Ich brauche nur ein paar Informationen von ihm. Ah, ha, ha, ha. Ich glaube nicht, dass er über Besucher sonderlich erfreut sein wird. Also, kann ich hier irgendwie durch? Wie können die hier leben, ey? Die müssen doch schon tausendmal tot sein, ey, die Typen. Ja, gibt es von hier aus einen Weg dahin? Läufe ich wieder den total verkehrten, nervigen, blöden Weg? Gerade mal kurz auf die Karte gucken. Ja, das muss schon irgendwie stimmen, ey. Finde ich ja voll geil, dass es voll außerhalb von diesem, naja, von dieser eigentlichen Map ist. Wir gehen jetzt einfach mal in den straighten Weg. Scheint aber halbwegs richtig zu sein. Alter, dieser Ort ist einfach mal... Einfach mal der Shit. Ich meine, es ist doch alles total verstrahlt und zerstört und... Das ist schon ziemlich krass. Einmal nachladen, bitte. Diese zwei Schuss, die ich theoretisch haben kann, möchte ich auch ganz gerne haben. Stechflügler. Ja, natürlich, ey. Der Schrot hat mich nicht getötet. Na super. Ach, nö. Ich hab keinen Bock auf diese ganzen Kack-Insekten immer. Oh, trotzdem habe ich das Falsche anvisiert, ey. Wow, die machen voll viel Schaden, ey. Okay, ich bin weg. Tut mir leid, ich bin auch ungern so ein kleiner Schisser, aber... Alter. Alter, wie viel Schaden die auch machen. Ich finde das richtig krass, ey. Okay, wir sind ganz nah an dem Typen dran. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin schon wieder eine Todeskralle, ne? Egal, ich muss da rein. Entdeckt felsige Höhle. Dankeschön. Oh Gott. Ich hoffe mal nicht, dass die Gegner hier reinkommen können. Alter. Also dieser Ort ist echt heavy, ey. Gut, sieht aber nicht aus, wenn sie mir folgen können. Ups. Bitte nicht schießen. Ich komme in Frieden. Moment. Das soll dieser Typ sein? Warum ist er ein Mutant? Du hast Informationen, die ich brauche. Das verrät mir immer noch nicht, wer zur Hölle du bist. Zeit für Erklärungen. Du fängst an. Ich suche nur noch Informationen über das Institut. Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Nein. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Er ist tot? Lüg mich nicht an. Er ist tot. Ob du es nun glaubst oder nicht. Das ist zweifellos schwer zu glauben. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also als du. Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Ganz ehrlich, für so einen Spaß bin ich immer zu haben. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht, aber wie... Okay, das hat nicht funktioniert. Ich hoffe, das dauert nicht so lange wie beim letzten Mal. Warum hast du das Institut... Du weißt von der Flucht, aber... Du weißt von der Flucht, in der Tat. Warum hast du das Institut... Du weißt von der Flucht... Falsche Antwort, mein Freund. Warum hast du das Institut verlassen? Du weißt von der Flucht... Warum hast du das Institut verlassen? Du weißt von der Flucht... Man, kann das mal ein bisschen schneller gehen? Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht... Alter... Warum hast du das... Du weißt von der Flucht... Warum hast du das Institut verlassen? Du weißt von der Flucht... Ey, das kann doch nicht angehen, dass es... Na komm, jetzt... Jetzt aber! Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht... Ja, ich weiß, das ist auf jeden Fall ein großer Spaß. Alter Schwede, ey. Okay, okay, also ich versuch's noch ein paar Mal und dann schweiß's mir drauf. Alter, hab ich so'n geringen Wert auf was auch immer? Charisma? Keine Ahnung. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Nein. Okay. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Alter, das ist nur orange. Ich hab auch schon rot gekriegt. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß... Du weißt von der Flucht? Okay, einen letzten Versuch noch. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Okay, einen noch. Nur noch einen. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Okay, einen letzten noch. Das war wirklich der Last Trial. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Okay, einen noch. Das ist aber jetzt wirklich der letzte. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Okay, okay, das ist jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Oh Mann, ich will das schaffen. Ich hasse sowas. Ich weiß, dass das möglich ist. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Okay, das ist jetzt wirklich, ich verspreche es, der allerletzte Versuch. Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Okay. Ich brauche alle Informationen. Alles, was mir helfen kann, in das Institut zu kommen. Entschuldige. Wie bitte? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle drauf gehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Ne, ganz ehrlich, nochmal habe ich keinen Bock da drauf. Ich suche nach meinem Sohn. Das Institut hat ihn entführt. Oh, oh nein. Ich hatte ja keine Ahnung. Tut mir leid. Ja, das Institut hat früher schon Leute aus dem Commonwealth entführt. Wenn es auch deinen Sohn erwischt hat, dann verstehe ich, warum du dorthin willst. Ich kann dich da reinbringen, aber nicht ohne Gegenleistung. Okay. Hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da rein schaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Synths das Institut betreten und verlassen? Teleporter. Ja, die verwenden so einen Teleporter. Sieh an. Von dem wissen nicht viele. Das ist ziemlich geheim. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an. Ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der Einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Ähm, ja. Keine Ahnung. Da klingelt nichts. Überrascht mich nicht. Die kommen nur selten raus und dann sieht sie meistens niemand. Runners sind Synths des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Synth vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Okay. Dann mal los. Sag mir einfach, wohin ich gehen muss. Nun, Enthusiasmus ist immerhin ein Anfang. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Allt verstanden. Gut. Dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner Dann musst du nur noch nicht drauf gehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Das hoffe ich auch. Das ist ja sehr interessant. Boah, aber so ein verdammter Runner, das wird nicht einfach. Das wird in der Tat nicht einfach. Vor allem wird es nicht einfach mag sein. Gut, aber wie auch immer es hier weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.